jo Freunde sie liegt schon wieder drin gestern Abend und jetzt auch wieder ich hatte sie gestern Abend rausgeholt und jetzt liegt sie schon wieder im Wasserpott und ich habe gerade schon meinem Schwager geschrieben den Patty und ich glaube auch dass die halt dass es mit der zu Ende geht dass das der Bock ist Moment ich zoome noch mal ein bisschen ran Freunde ich werde die jetzt halt da wieder rausholen aus dem Pott ich weiß nicht ob da jetzt diese Häkchen dran sind aber ich werde sie jetzt rausnehmen und erst mal in so eine in so ein Döschen rein tun mit dem Zeber drunter und ja hat ja keinen Sinn würde ich mal so sagen Freunde was sagt ihr dazu so meine Freunde ich habe mir jetzt mal rausgetan aus dem Becken rausgeholt und Patty hat auch gerade geschrieben ja das ist wohl mit mit ihm zu Ende geht so wie das aussieht kann man ja jetzt nicht viel machen deswegen oder habt ihr irgendwie was keine Ahnung ein Vorschlag oder was früher hat man immer gesagt wenn Spinnen dieses dysgenetische Syndrom hatten oder so und wenn da nichts mehr machbar war obwohl da bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr so sicher sollte man die halt dann ins Eisfach tun aber wie gesagt keine Ahnung ob das immer noch aktuell ist und ja ja nicht schön aber so ist das nun mal halten und ich denke mal auch dass das ein Bock ist so wie es aussieht ja würde ich mal so sagen Freunde ja schade schade aber so ist das hallo meine Freunde hier ist nochmal der Carsten und zwar wollte ich eigentlich zu dem Thema Balfori wollte ich eigentlich ja noch mehrere Shorts machen aber ich habe mich jetzt halt entschieden da ein längeres Video von zu machen und euch halt jetzt noch mal die Frage zu stellen was machen wir mit denen wie gesagt der Patty ist halt auch der Meinung dass es ein Bock ist und dass er sich vielleicht mit den zwei Mädels die ja noch drin sind halt übernommen hat oder sonst irgendwie was hat ich kann mir nicht vorstellen dass er sich häuten will sondern dass es mit ihm zu Ende geht und ja also dieses Thema halt mit Spinnen halt ins Eisfach packen ja um das halt dann zu schonend oder halt zu beenden ist eine Option gewesen wo wir halt früher auch von gehört hatten als wir mit den Vogelspinnen angefangen haben und von daher möchte ich euch ganz gerne jetzt auch noch mal hier fragen an dieser Stelle was machen wir mit dem Tier lassen wir es einfach zu Ende gehen oder habt ihr eine bessere Idee weil ich glaube nicht dass da großartig noch was passiert und das dann in den nächsten Tagen halt vorbei ist bloß muss ich das Tier nur unnötig quälen gut wenn es jetzt in der Natur wäre oder was wäre das jeder Fall und von daher würde mich das trotzdem brennend interessieren was ihr dazu meint und ich kann auch gerne noch mal einmal drauf leuchten auf das Tier ein Moment so da ist er halt und ja also wie wie gesagt sie lebt noch ihr seht auch dass er sich noch bewegt aber das ist halt alles ja gesagt das sind ja wirklich wunderschöne Tiere machen uns nichts vor ich denke mal dass der Bursche ist halt bald hinter sich hat ja also ich würde sagen falls euch irgendwie was einfällt oder so lasst es mich wissen und schreibt gerne noch mal in die Kommentare und ich habe dann halt jetzt wie gesagt drei shorts halt hier zusammen gebastelt oder vier shorts weil das ja doch schon halt mehr ein Infovideo ist halt über Vogelspinnen und nicht einfach irgendwie ein short und von daher schreibt mir mal was ihr meint und ich gucke mal halt ob ich jetzt gleich noch meine andere Band Tiere umsetze ja wünsche euch noch einen schönen Mut an dieser Stelle und würde sagen macht's gut Freunde bis dahin ciao ciao